Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. They are eating the dogs, they are eating the cats. Und während die jüngste Aussage von Donald Trump im TV-Duell mit seiner Konkurrentin Kamala Harris mittlerweile einen TikTok-Trend losgetreten hat, kommt rund einen Monat vor den entscheidenden US-Wahlen ein Film in die Kinos, den der noch Ex-Präsident bis zum letzten Augenblick verhindern wollte vor seiner Premiere in Cannes. Es hat aber trotzdem funktioniert und damit geht es heute um The Apprentice, der uns ab dem 17. Oktober auch in den deutschen Kinos erwartet. In Cannes gesehen hat ihn vor einiger Zeit mittlerweile, glaube ich, schon die Lieder. Nabend. Hallo. Und ebenfalls, ja, Ladies first für beide Ladies mit am Start. Ich weiß nicht, ob sie Donald Trump-Fan ist, aber ich glaube eher nicht. Aber sie ist trotzdem herzlich willkommen. Nabend, Schlogger. Nein, ich bin kein Donald Trump-Fan. Und ob ich ein Fan von diesem Film bin, das werden wir ja noch besprechen heute. Und trotzdem bist du willkommen. Trotzdem. Obwohl du kein Donald Trump-Fan bist. Das ist so großzügig von euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Ja, und ich oute mich dann hier als großer Donald Trump-Fan. Also ich habe eine Bettwäsche mit dem Cover-Motiv von The Art of the Deal. Obwohl Art eigentlich eher zu dir passen würde, Schlogger. Ja, aber nicht Deal, leider. Ja, aber Donald Trump, eine Persönlichkeit, ja, die man in den letzten Jahren, ob man wollte oder nicht, wahrgenommen hat, auch weit über die Grenzen der USA hinaus, benannt. Lustigerweise nach dieser US-Reality-Show, die er ja, ich glaube, irgendwie von Anfang der Nullerjahre bis kurz vor Antritt seiner Präsidentschaft hatte in den USA. Also wo dieser ganz berühmte Ausspruch her ist, you're fired. Die hieß ja, glaube ich, auch The Apprentice, oder? Ich meine schon. Die ist auch The Apprentice, ja. Aber darum geht es, wie wir erwarten in diesem Film überhaupt nicht. Denn wir erleben hier Donald Trump zu einer Zeit, ja, als er noch selber sowas wie ein Apprentice, ein Lehrling, ein Schüler gewissermaßen war. Und worum es dabei konkret geht, Schlogger, klär uns mal auf, womit bekommen wir es zu tun? Mit welcher Inkarnation von Donald Trump bekommen wir es hier zu tun? Also wir sind in den 70er Jahren. Das heißt, Donald Trump ist noch nicht so alt. Er hat noch volles Haar, ist noch recht rank und schlank. Er ist dabei, von seinem Vater das Erbe zu übernehmen, weil sein großer Bruder in Anführungsstrichen ja nur Pilot geworden ist, die faule Sau. Und er wird, weil seiner Familie wegen diskriminierender Vermietung, ich weiß gerade nicht den korrekten Ausdruck, weil eben Diskriminierung in der Art, wie sie ihre Wohnungen vermieten, vorgeworfen und verklagt wird, sieht die Familie und besonders Donald Trump, weil er ja das Erbe antreten soll, sich so ein bisschen in die Enge getrieben und wird dann in Kontakt mit Roy Cohn kommen, der ein Star-Anwalt ist. Und dieser wird ihn unter seine Fittiche nehmen, weil er in ihm wahrscheinlich irgendetwas sieht. Und wir sehen in diesem Film, wie Donald Trump eben ganz viel von Roy Cohn lernt und wie sich dann so ein bisschen das mit der Zeit entwickelt und vielleicht auch, wir teasern hier vielleicht ein bisschen an, vielleicht auch ein bisschen verändern wird dieses Verhältnis. So, ja. Oh ja, schön umschrieben, schön vage. Ich weiß gar nicht, war euch dieser Roy Cohn überhaupt ein Begriff? Also, ich kannte ihn, weil ich, ich hatte im Studium ein Introduction to Drama und da haben wir Angels in America gelesen und das ist ein sehr langes Theaterstück, beziehungsweise auch ein, ich glaube, vier Stunden verfilmter Film. Und da täuscht Roy Cohn auch auf. Der wird da mit Ethel Rosenberg sprechen, da gibt es einen Dialog und der ist ja sehr bekannt dafür, für diesen, dass er eben die Rosenbergs dazu gebracht hat, also er hat sie nicht dazu gebracht, aber er hat sie angeklagt und sie wurden wegen ihm auf den Stuhl gebracht. Aber da weiß Lieder wahrscheinlich mehr, oder? Wenig mehr, denn ich kenne ihn tatsächlich aus den gleichen beiden Quellen sozusagen wie du. Ich kenne ihn einmal als Protagonisten, als fiktiven oder fiktionalisierten aus Tony Karschners Theaterstück. Das ist ja so ein Klassiker der Queer Literature oder so queere Bühnenstücke und eben in Bezug auf diese Beziehung, die er zu Julius und Issa Rosenberg hatte, als derjenige, der sie de facto, ja, in den Tod geschickt hat. Ich wusste, dass er mal mit Donald Trump am Anfang von Trumps Karriere da affiliert war, aber wie genau und welchen Einfluss er hatte, das wusste ich nicht. Ja, und du, Dom? Äh, ich absolut auch nicht. Also ich hatte den Namen mal irgendwie, äh, gehört. Ich muss gestehen, ich hab ihn so ein bisschen verwechselt, weil es gab ja im Umfeld von Donald Trump eigentlich eher so im letzten Jahrzehnt, äh, jemanden, der Kohen hieß, ne? Den er dann ja auch, äh, ähnlich, äh, wie eine heiße Kartoffel hat fallen lassen. Aber das ist ja, also das, was wir hier sehen, das liegt ja noch viel weiter zurück. Und ja, ich hatte den Namen mal gehört und, äh, dann natürlich auch von diesem Film, aber ich dachte mir so, okay, jetzt krieg ich hier zu sehen, aha, Donald Trump lernt irgendeinen Anwalt kennen. Ja gut, es ist einer von gefühlten 10.000 Anwälten, die er wahrscheinlich in seinem Leben beschäftigt hat. Aber dass der so einflussreich und auch schon vorher so eine schillernde Figur war, davon hab ich wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt. Aber das dürfte für die meisten da draußen gelten. Äh, und ja, während, ja, ich weiß nicht, Donald Trump muss man halt wirklich nicht vorstellen, ne? Also, wie ich schon am Anfang meinte, mittlerweile kennt man den Mann besser, als man es jemals wollte. Ja, er ist ja im Moment auch wieder sehr, sehr präsent, ne? Und, äh, in den USA läuft ja wirklich gerade der Wahlkampf heiß, wie ich ja auch schon in meiner Anmoderation, äh, angedeutet habe, sagen wir es mal so. Äh, ja, der Film hat ja im Vorhinein, also vor der Weltpremiere in Cannes durchaus für Furore gesorgt. Also auch im Hinblick darauf, dass Donald Trump wirklich wohl versucht hat, die Veröffentlichung zu verhindern, also gerichtlich zu verhindern, dass er mit der Klage gedroht hat, wie er das bei gefühlt allen möglichen Sachen macht, die ihm nicht gefallen. Und wenn man dann diesen Film sieht, weiß man auch, wo diese Mentalität herkommt, beziehungsweise von wem sie herkommt. Und, ähm, ja, Lida, wie hast du das in Cannes erlebt bei der Premiere? Wobei ich sagen muss, dass ich in Cannes ja auf die Pressevorführungen vorwiegend gehe. Ab und zu kriegt man auch Karten für Premierevorstellungen, aber das sind dann oft eher die kleineren Filme. Fun Fact in Cannes, für die, die noch nicht da waren, da gibt es eben bei den großen Premieren gerade die sogenannten Black Tie Events am Abend. Und da darf man auch als Filmkritik oder Kritikerin nur rein, wenn man Anzug, respektive Kleid oder Damenanzug oder diegleichen, also schicke Abendkleidung trägt. Und ich stehe da mit meinen ranzigen Turnschuhen, ich kann diese Black Tie Events nicht wahrnehmen, darum war ich nur bei der Pressevorführung. Da war die Stimmung allerdings positiv, wenn auch nicht begeistert. Und niemand schien irgendwie sonderlich erschaufiert oder empört zu sein. Allgemein wurde der Film eben wohlwollend aufgenommen. Und ich glaube, wenn es dort, nun ist es ja auch eher eine kunstaffine Bubble, obwohl ich kann nicht unbedingt Links einordnen würde. Also die sind schon sehr rechtskonservativ. Aber ich denke, dass es auch so eine Stimmung ist, dass wenige Leute, die jetzt außerhalb der wirklichen Trump-Verehrer in den USA oder auf Trump-Rellys sich befinden, öffentlich sagen würden, dass sie Trump-Fans sind. Schlogger, bei dir weiß man ja, also du bist ja mittlerweile berühmt-berüchtigt dafür, dass du dir eigentlich keine Trailer anschaust. Ich dachte gerade, berühmt-berüchtigt für was? Okay, woher würde das hin? Ja, keine Trailer. Ich habe auch für diesen Film keinen Trailer gesehen. Aber dadurch, dass wir ja alle drei ein ähnliches Vorwissen haben, war das dann ja irrelevant hier. Und wir sind dann mit dem gleichen Vorwissen rein. Und ja, also falls da eine Frage war, ob ich einen Trailer gesehen habe, nein, auch hier nicht. Aber ich wusste schon, um was es ging. Also ich wusste nicht, welchen Zeitraum und welchen Zeitrahmen der Film umfassen wird. Aber das war ja relativ offen, auch selbst wenn man einen Trailer gesehen hätte, könnte ich mir vorstellen. Aber dass es um die Beziehung zwischen den beiden geht, das wusste ich dann doch. Ich hätte aber, irgendwie bin ich mit dem Gedanken reingegangen, dass der Film bis in die Jetzt-Zeit geht. Was er aber nicht tut. So viel sei jetzt schon gesagt. Nee, dafür ist Sebastian Stan in der Hauptrolle dann, glaube ich, vielleicht ein bisschen jung besetzt. Wobei sie treiben ihn am Ende schon. Also ich glaube, der Film endet ja dann in den 80ern. Ja gut, da ist noch eine ganze Zeit lang bis zum Präsidentschaftsamt. Aber er wäre dann wahrscheinlich doch ein bisschen, ein bisschen, ja, doch zu jung besetzt in der Rolle. Aber das hatte ich auch schon gelesen, dass Kollegen das irgendwie auch schon kritisiert haben. Also ob es jetzt in der US-Kritik war oder in der deutschen Kritik. Und da muss ich sagen, und damit eröffnen wir, würde ich sagen, den Diskurs um den Film. Also damit setze ich so den ersten Stein aufs Brett. Ich kann die Kritik nicht so ganz nachvollziehen, dass Sebastian Stan in der Rolle jetzt nicht direkt fehbesetzt wäre, aber nicht so wirklich funktioniert. Weil ich gebe zu, ich musste mich ein bisschen an ihn gewöhnen. Das liegt aber auch daran, dass, ja, wie soll ich das sagen? Sebastian Stan ist ja ein Schauspieler, den kennt man in erster Linie als Bucky Barnes aus den MCU-Comic-Verfilmungen. Und da muss ich sagen, da war mir ehrlich gesagt immer ziemlich egal. Ich fand Bucky Barnes eine wahnsinnig langweilige Figur immer. Und wenn ich dann aber Sebastian Stan in anderen Sachen gesehen habe, da fand ich den richtig großartig. Also der hat doch, glaube ich, auch zuletzt in dieser Pam-und-Tommy-Serie hat der doch, glaube ich, auch irgendwie die Hauptrolle gespielt. Also hier mit Pamela Anderson und ihrem Loverboy. Und da kann ich auch sagen, ich fand ihn hier richtig gut. gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber ich hatte den Eindruck, dass er wirklich immer weiter über den Verlauf in diese Rolle reinwächst. Und irgendwann für mich auch wirklich dahinter verschwindet. Natürlich auch dank dem Make-up. Aber für mich war das auf jeden Fall schon mal ein klarer Pluspunkt. Wie sieht's da bei euch aus? Wie hat seine Performance auf dich gewirkt, Lida? Ich war zuerst durchaus ambivalent, da ich vor allem finde, dass Sebastian Stan mit Donald Trump fühlt es sehr wenig Ähnlichkeit hat. Ich fand aber auch ähnlich wie du, dass er in die Rolle durchaus reingewachsen ist. Allerdings war das schauspielerisch betrachtet definitiv nicht sein Film. Also ich hatte den Eindruck, dass er also, er war solide, er war gut, aber gut heißt eben auch nicht genial. Da hätte es sicher eine bessere Wahl geben können, auch wenn ich jetzt spontan keinen bestimmten Schauspieler nennen kann, den ich in dieser Rolle unbedingt hätte sehen wollen. Aber für mich war hier die dominierende Performance definitiv Jeremy Strong. Ich würde es aber nicht komplett ausschließen, dass Ali Abassi bei seinem Casting vielleicht bewusst nicht wollte, dass die Trump-Figur, die Cone-Figur darstellerisch in den Schatten stellt, um das Verhältnis zu spiegeln, das die beiden zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben hatten. Damit meine ich nicht, dass Ali Abassi mit Absicht jemand ein Schlechtes castet, aber dass er ja auch auf die, also man hat ja auch ein Gefühl für die Ausstrahlung, für den Eindruck, den Darstellenden hinterlassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Abassi gezielt wollte, dass dieser Film sich ganz auf die Cone-Figur fokussiert und darum diese Dynamik hingenommen hat, dass Sebastian Stan dann nicht der Durchstarter ist. Ja, das finde ich eine interessante These. Also ich denke auch, ich mag Sebastian Stan. Ich kenne ihn auch aus anderen Filmen, jetzt I, Tonya oder eben Fresh, dieser komische Horrorfilm. Aber der hat halt so ein bisschen so ein Schönlingsgesicht. Ja. Das vielleicht ein bisschen zu markant ist oder zu schön, könnte ich mir vorstellen. Und ich finde, man sieht halt von der Physis her, dass der ganz andere Augen als Trump hat. Ich weiß jetzt nicht, wie genau man bei so einer Verfilmung dann ans Original ranreichen möchte. Aber ich möchte Sebastian Stan auf jeden Fall zugutehalten, dass man gesehen hat, dass er sich die kleinen Eigenheiten, die Trump mit seinem Gesicht macht, dass er die versucht hat aufzunehmen. Also wie der seinen Mund hält oder auch wenn er spricht, er schürzt wirklich ganz übertrieben oft die Lippen. Und das muss ich immer gutheißen, wenn ich so sehe, dass ein Schauspieler sich wirklich, also natürlich gehört es auch im Idealfall zu der Aufgabe eines Schauspielers, aber dass er sich hier wirklich sein Vorbild, aka Trump, genau angeguckt hat und sich eben die Mimiken angeschaut hat, die er so auch macht. Dass seine Augen eben ganz anders aussehen. Er versucht, die auch so zu machen. Dafür kann er nichts. Aber ich finde die These echt ganz interessant von Lida. Wie gesagt, auch ohne zu sagen, dass Sebastian Stan hier schlechter wäre, aber dass man um das Wissens der Aura hier eben gesagt hat, okay, Jeremy Strong, der hat so eine krasse Präsenz als Roy Cohn und stellt auch den Verlauf so geil dar. Also das fand ich echt total beeindruckend. Das ist die gleiche Figur, aber wirkt total unterschiedlich im Film. Sehr krass. Definitiv. Ja, also zu Sebastian Stan's Performance kann ich noch ergänzen. Also mir fiel das auch bei seiner Körpersprache auf. Da ist eine Szene bei seiner Familie, wovon es ja gar nicht so viele gibt, wo er dann irgendwie so auf dem Bett sitzt und mit seinem Vater reden, dabei so gestikuliert. Und da dachte ich mir wirklich, das ist schon sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Man muss ihn nicht mal in solchen Situationen erlebt haben. Also das ist ja dann schon irgendwie ein bisschen intimer, um das jetzt irgendwie mit dem abzugleichen, was man kennt. Vor allem finde ich es auch gut, dass sie den Versuchen widerstanden haben. Also klar, das Ding ist irgendwo, ja, es ist ein Drama, es ist aber ein Stück weit auch mit satirischen Untertönen. und sie haben aber trotzdem der Versuchung widerstanden, dass Sebastian Stan wirklich Trump als Karikatur spielt. Also wovon wir ja wirklich schon in den letzten Jahren einiges gesehen haben. Ganz länge der halt die Parodie auf Trump bei Saturday Night Live von Alec Baldwin. Dass er nicht zum Beispiel in so eine Richtung gegangen ist, dass er schon irgendwie auf eine gewisse Art geerdet ist. Und trotzdem, das mag jetzt auch alles ein bisschen trocken klingen bisher, weil, ja, letzten Endes handelt dieser Film eben von Trumps Werdegang, also von seinem Aufstieg vom, ja, Geschäftsmann zum größten Baulöwen New Yorks. Und das mag alles ein bisschen trocken klingen, aber der Film ist, und das kann ich insgesamt im Hinblick auf die Inszenierung sagen, ich fand den ausgesprochen unterhaltsam. Also ich hab mich auch wirklich an keiner Stelle wirklich jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, in Anführungsstrichen gelangweilt, aber der hatte für mich keine Längen, richtig. Und ich meine, der geht immerhin zwei Stunden. Und es ist jetzt auch, ja, Donald Trump ist jetzt so eine Person, mit der man sich nicht so gerne beschäftigt, obwohl man es ja über einige Jahre jetzt getan hat, ob man es wollte oder nicht. Ich hab auch in meinem Intro, in der Zusammenfassung, ich hab da ja eigentlich das Spannendste, weswegen man den Film hier ja guckt, ist, dass man sieht, wie Trump das wurde, was er ist. Und zwar, wie er sich konkret von Roy Cohn die Methodiken und auch diese Regeln, die er hat. Also wie du wirklich, du hast den Donald Trump, der sicher da auch sehr ambitioniert war, aber wie der sich wirklich das zu eigen macht, was ihm da beigebracht hat. Und du siehst einfach, wo kommt, wenn es denn wirklich so war, also in dem Ausmaß, wie er sich das wirklich komplett zu eigen macht. Und wenn man sich dann überlegt, hätte es diesen Roy Cohn nicht gegeben, was wäre dann jetzt passiert? Und das ist so diese spannende Frage, dass du siehst, ach, da kommt es her, daher hat er das. Und mal abgesehen von der Inszenierung, das fand ich so super spannend, das zu sehen, dass du automatisch in so eine Parallelwelt-Vorstellung kommst, wenn es Roy Cohn nicht gegeben hätte oder die zwei nicht aufeinander getroffen wären, wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Ne, ich hatte irgendwo in einer anderen Kritik oder ne, irgendein US-Schriftsteller oder so hat es, glaube ich, gesagt. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, der meinte, Roy Cohn hat praktisch aus dem Grab heraus einen Präsidenten erschaffen noch, ne? Im Nachhinein. Ja, ich finde solche Statements ein bisschen fragwürdig, weil zum einen man anmerken muss, dass Ali Abassi es ja nicht so darstellt, also das, was in der Kritik gesagt wurde, was du jetzt gerade zitiert hast, er hat aus dem Grab heraus seinen Präsidenten erschaffen. Abassi stellt es, und das war für mich auch ein wichtiger, positiver Aspekt dieses Films, nicht so da, dass Roy Cohn quasi Trump geschaffen hat oder den Trump, wie wir ihn kennen, sondern eben, er schafft es vielmehr zu enthüllen, wie Trump als seinen ganzen perfiden Charakter dadurch nähert, dass er von Cohn profitiert und Cohn viel zu spät erkennt, dass er eben wortwörtlich zum Advokat des Diaboli geworden ist. Und ohne jetzt aber auch wiederum Cohn in eine Opferrolle zu schubsen. Und das war für mich wirklich eine besondere Stärke, diese Inszenierung auch des Drehbuchs, das hier Gabriel Sherman geschrieben hat, nämlich diese Figuren so darzustellen, dass sie nicht zu Opfern werden, dass sie nicht irgendwie hintenrum denn als die Guten oder die Sympathieträger oder der eine wurde ja, das ist ja nur die Marionette des anderen, sondern dass man zeigt, hier sind zwei mega perfide Persönlichkeiten, die absolut keine Skrupel haben, die keine Ethik haben und zusammen eine mehr als toxische Dynamik entwickeln. Und am Ende triumphiert Trump letztendlich ja auch, weil er, ja, die beiden, deren Macht basiert ja auf Diskriminierung und dass sie soziale Diskriminierung ausnutzen. Und letztendlich war es Trumps großer Vorteil, dass er nichts hatte, was man an ihm diskriminieren konnte, im Gegensatz zu Cohn. Ja, nee, also da kann ich mich dir auch anschließen. Ich meine, man verfällt ja gerne mal bei solchen schillernden Figuren dann, also es gibt wirklich viele Filme, die dann dem anheimfallen, dass sie solche Personas als Opfer der Umstände darstellen. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber es gab ja, ich weiß gar nicht genau, den wollten wir ursprünglich zusammen besprechen, Lieder hier, Führer und Verführer, über ... Genau, richtig. Und da habe ich tatsächlich auch schon Leuten hören, dass der Film in genau diese Falle getappt ist. Und das tut Ali Abassi mit seinem Werk aber definitiv nicht, wie ich finde. Wobei ich sagen muss, dass ich Trump am Anfang, also ich hatte ja schon gemeint, ich hatte so eine gewisse Warmlaufphase mit Sebastian Stan in der Rolle, aber da ist er gar nicht mal, das haben sie sich auch getraut, dass er nicht jetzt als der totale, also nicht komplett als der totale Unsympath direkt etabliert wird. Also nicht jetzt als wirklich Sympathieträger, sage ich mal, aber es ist nicht so, dass man den von Minute eins an hasst, sondern dass man halt wirklich so eine gewisse Entwicklung hat. Und am Anfang ist der ja auch wirklich so ein ... Ja, weiß ich nicht, als er das erste Mal auf Roy Cohn trifft, wirkt er ja in dieser ganzen Schickeria und teilweise auch korrupten Welt von Hinterzimmern und so weiter, wirkt er ja fast schon wie so ein Milchbubi, ohne ihn jetzt irgendwie, wie gesagt, in eine Opferrolle zu drängen. Aber da siehst du halt die fortwährenden Entwicklung und auch genau das, was von seinem, in Anführungsstrichen, Lehrmeister auf ihn überfärbt, Stück für Stück. Ja, hier sieht man ja schon, das ist ja schon eine Hollywood-Inszenierung. Also natürlich ist es ein bisschen emotionalisiert. Also ich denke nicht, dass ... Klar, den Eindruck hatte ich auch. Du sollst hier sehen, dass Donald Trump, der ist natürlich ein Geschäftsführer und der ist von seinem Vater schon, obwohl der Vater ja ... Wir sehen ja, wie er wirkt und wie streng der ist. Aber dass er nicht so ein Milchbubi war, wie der Film, ich zitiere dich jetzt, wie der Film ihn vielleicht darstellen möchte, dass man da so ein bisschen denkt, oh, okay, der war ja wirklich ein Schwächling, und wird dann erst groß. Und das macht der Film hier schon manchmal, dass er eben diese Message und diese Wandlung und diesen Wachstum so ein bisschen schon emotionalisiert darstellt. Aber es ist ja nun mal ein Hollywood-Film, darauf will ich eigentlich hinaus. Und da, wen es interessiert, der kann sich halt die Originalgeschichte nachlesen. Also wenn man das so ... Ich hab so ein bisschen nebenher gelesen, wie es denn dann in Wirklichkeit war. Und wenn man es dann mit dem Film vergleicht, dann merkt man schon, ah, okay, hier wurde gestraft, hier wurde was zusammengefasst, hier wurde was erst später passiert, weil es halt inszenatorisch besser passt. Ja. Und auch, es gibt ja eine Beerdigung im Film, die mit einer Beauty-Op in einer Schönheits-OP gegengeschnitten wird. Und das fand ich schon auch, da dachte ich kurz, okay, das ist ja schon recht krass, was diesen Gegenschnitt so zu zeigen. Ja, zynisch. So ist der Film dann halt. Ja. Da ist mir auch noch eine Szene aufgefallen, wo er mit seiner ersten Ehefrau Ivana Trump es ordentlich krachen lässt, sagen wir es mal so. Und das wird gegenübergeschnitten mit den Bauarbeiten an irgendeinem Gebäude oder so. Und das ist dann auch sehr ... Das hatte für mich teilweise schon Qualitäten von der nackten Kanone an der Stelle. Natürlich nicht ganz so albern, aber nee, also da ... Mich, Bube, habe ich jetzt auch nur im Hinblick darauf gemeint, wie das so auf den ersten Blick wirkt. Ja, das soll, genau, das soll ja auch so. Also da übertreibt der Film ja schon ein bisschen. Ja, natürlich. Das ist ja im Sinne der Message dann so ... Ist das okay für euch, wenn ein Film so was macht? Ja, muss ja wahrscheinlich. Es ist für mich definitiv okay. Also es wird ja trotzdem, ich sag mal, ja, jetzt nicht zwischen den Zeilen, weil, weil, weißt du, subtil ist es nicht. Aber es wird ja schon relativ schnell klar, was er für ein Typ ist und in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und ja gut, dahingehend weiß man natürlich auch, wie der heutige Donald Trump tickt. Aber das ist eben auch so quer über den Film verteilt und man hat dann auch viele Buzzwords halt ... Klar, das folgt natürlich auch einer gewissen Hollywood-Dramaturgie, dass man sich denkt, oh, diesen Ausspruch hat er daher und diese Überzeugung daher etc. Sodass sich halt wirklich am Ende dieses Bild formt. Aber nichtsdestotrotz lief mir da auch teilweise echt ein Schauer über den Rücken in Hinblick halt auf das, was, ja, das Ergebnis dieser gesamten Evolution ist, sage ich mal. Ja, was dir Inszenierung hier auch sehr gut gelingt, ist, dass sie zum Beispiel bestimmte Hollywood-Genres kurzzeitig adaptiert, etwa die Romantik-Komödie, wenn man sieht, wie Trump um Ivana wirbt und dadurch auch bewusst mit der Sympathie, die diese Figur zum Teil sogar ausstrahlt, spielt. Also zeigt, wie leicht es manchmal als Zuschauer da ist, dieser Figur zu verfallen. Oder dann sich zum Beispiel, dass dann bestimmte Zuschauende vielleicht denken, oh, hoffentlich werden die beiden ein Paar oder sich dabei ertappen. Obwohl das eben ein furchtbarer Mensch ist und damit eben aber auch diese bestimmten moralischen Abgründe, die überall existieren, aufzeigt. Nämlich, wie leicht es ist, einfach auszublenden, was jemand getan hat oder wer jemand ist. Zu dem Zeitpunkt hat ja Trump viele Dinge noch nicht getan. Das ist ja so ein bisschen, wie wenn man Hitler als Kind zeigt. Hitler als kleiner Junge ist ja noch nicht schuldig am Holocaust. Die frühe Harte. Aber eben das Wissen darum. Naja, also dieses Wissen und die Entwicklung, dass da durchaus geschickt mit der Verführungskraft gespielt wird und auch das Publikum ja indirekt ermutigt wird, kritischer und durch Fassaden und durch Inszenierungen zu blicken. Denn letztendlich sind ja solche Inszenierungen wie dieses Romantik-Komödienschema sind ja auch, denn Romane und autobiografische Geschichten, die sich Leute selber zusammenlegen, gerade wenn sie sich in der Politik oder in der Gesellschaft mit einem bestimmten Image präsentieren wollen. Ja, und apropos Image, also diese drei Regeln, dass da so ganz klar gesagt wird, nichts zugeben, alles abstreiten. Ja. Ich meine, das war mir schon klar, aber das nochmal so als Regel, dass man wirklich einfach alles rigoros abstreitet, so wie hier auch Roy Cohn, seine offensichtliche Homosexualität, zumindest für uns als Zuschauer und auch für andere Figuren in dem Film und wahrscheinlich für viele damals auch, die da einfach rigoros abstreitet und was ihm so im Film passieren wird. Und das fand ich so krass, das so präsentiert zu bekommen, so als Regel, das ist so diabolisch, wie wir es schon auch hatten, wie wir es schon gesagt hatten. Und ganz abgesehen davon, was der Film ja auch macht, dass er total spannend auch Hintergründe erklärt, wie Trump es dann eben auch geschafft hat. Dann zum Beispiel diese, was ich am Anfang meinte, wo Roy Cohn dann die Familie vertritt, also wie sie es eben schaffen, dass sie nicht verurteilt werden, obwohl sie offensichtlich gegen Schwarze diskriminieren, wenn sie sich überlegen, an wen sie denn vermieten. Also, dass die viermal so hohes Einkommen nachweisen mussten oder sowas. Oder dass eben auch gezeigt wird, dass sie zweifache, zweistellig Millionenhöhe Steuererlass bekommen haben. Und das fand ich auch total cool, dass der Film das auch noch zeigt, das so ein bisschen untermischt da rein, dass wir so ein bisschen mehr verstehen, wie Trump aber auch reiche oder überhaupt große Firmen, denn es schaffen, sich so durchzuschlawinern. Also vom System her, nicht nur von den Figuren her. Ja, an Cohn sieht man aber auch sehr gut, also das ist nicht einfach nur systematisches, also dieses systematische Leugnen, das ist nicht einfach nur Imagepflege. Also natürlich lebte er in einer Zeit, die aggressiv homophob war und als dann Aids kam, woran er ja auch selber gestorben ist, ist ja die Homophobie nochmal komplett eskaliert, gerade gegen homosexuelle Männer, die ja dann komplett mit der Krankheit einfach nur in Verbindung gebracht wurden. Und also was wir so in der Corona-Zeit erlebt haben, da gibt es sehr, sehr interessante, vielsagende Parallelen zu dem damaligen Umgang mit Menschen, die an Aids erkrankt waren. Und Cohn hat auch vor sich selber sein Leben lang eben verleugnet, dass er homosexuell ist und an Aids erkrankt dann ist. Und darin sind viele Leute sehr, sehr gut. Also dieses so, aus irgendwelchen Gründen sich immer zu sagen, okay, dieses und das, was ich da im Bett mache, das zählt nicht. Ich bin das nicht. Und das komplett loszulösen und sich trotzdem absolut als heterosexuell zu identifizieren. Und irgendwie hat Cohn das geschafft. Also das war bei ihm wirklich auch ganz viel Selbsthass, der ihn irgendwo auch mitleiderregend macht, weil er ja so extrem hypermännlich und dominant und herrisch auftritt, aber eben innerlich da von diesem Konflikt aufgefressen wird. Ja, danke, stimmt. Gegen Ende wirklich buchstäblich. Also eben dann durch die durch die Aids-Erkrankung, die er ja bis zum Schluss verleugnet hat, es sei nur Leberkrebs und so weiter. Aber der ist ja, also als Trump auf den trifft, ist der ja auch schon wirklich berühmt, berüchtigt. Der galt ja wirklich als rechte Hand von Präsident McCarthy zu dessen Zeit. Und auch die Methoden, derer er sich bedient. Und auch gibt ja wirklich diese Szene, wo er sagt, ja, Kommunisten sind schlimmer als Nazis. Also da merkt man ganz genau, aus welcher Sparte der kommt und welche Überzeugungen der vertritt und auch welche Skrupellosigkeit der einfach an den Tag legt. Also die Krönung ist ja dann auch wirklich, dass der sich auch, weiß ich nicht, der äußert sich antisemitisch, der äußert sich rassistisch und ist selber ein homosexueller Jude. Aber das, was du sagst, dieses Kommunisten sind schlimmer als Nazis, also so eine krasse Aussage. Aber aus der Sicht dieser Figur konnte ich das so gut nachvollziehen, weil sie ja so dargestellt wird, dass eben Demokratie beziehungsweise Amerika über alles geht. Ja, ja. Und aus einer Sicht von dieser Person ist natürlich ein Nazi, der für seinen Staat einsteht, viel, also Entschuldigung, ich sag jetzt nicht besser, als eine Person, die vermeintlich das untergräbt. Und das hab ich auch total gut nachvollziehen können, erst mal wie Roy Cohn es da so geht. Und woher dann eben auch Trump diese, das hat ja, das ging ihm ja schon damals so, dass er Amerika fördern wollte. Aber ich konnte dies, es war für mich so, ach krass, ja das verstehe ich, warum man sich dann auf bestimmte Verhaltensweisen verhält, wenn einem eben Demokratie beziehungsweise das Land so wichtig ist, dass du dann tatsächlich so jemanden wie Nazis besser findest als Kommunisten. Und das fand ich gut dargestellt. Ja, Roy Cohn ist ja auch jemand, der sich dann auch immer wieder aufspielt mit, dass er praktisch der Anwalt Amerikas ist. Und das ist ja letzten Endes auch so eine Masche, die man irgendwo auch aus der Reapolitik kennt, von wegen jemand spielt sich auf als ja irgendwie Anwalt der kleinen Leute und so weiter. Das geht ja dann irgendwie auch in die Richtung. Ja, oder gegen Sozialstaat. Genau. Dass du dann gegen Sozialstaat bist, weil du irgendwie denkst, das ist genau das. Ja, das vertritt ja Trump bis heute. Also da muss man sich nur eine Rede von ihm anhören und weiß im Grunde um dahingehend alles. Ich kann mich da aber auch Lieder anschließen. Klar, Trump ist im Zentrum, aber Roy Cohn ist nicht einfach nur die zweite Geige, sondern wirklich so ja, der Anwalt des Teufels, könnte man sagen. Und da kann ich mich auch anschließen. Jeremy Strong fand ich richtig, richtig super. Ich kenne den gar nicht so wirklich. Ich habe den mal in The Big Short damals gesehen. Da hatte der, glaube ich, aber eher nur so eine Nebenrolle. Fiel mir aber auch schon positiv auf. Und der ist ja in den letzten Jahren anscheinend auch sehr präsent gewesen in dieser HBO-Serie Succession, die ich unbedingt noch nachholen möchte. Aber den fand ich wirklich richtig, richtig gut. Was er dann also auch zum Schluss verkörpert, dass man da zwar auch dazu neigt, dann irgendwie schon Mitleid zu empfinden. Aber ja, letzten Endes, also das ist, glaube ich, schon das Kunststück, was der Film hinbekommt, dass er schon die Spur von, ich sage jetzt nicht direkt, Empathie weckt für beide Charaktere, aber trotzdem nicht vergisst, wer sie sind und wofür sie stehen einfach. So von der Inszenierung her, muss ich auch sagen, fand ich den Look des Films tatsächlich auch sehr gelungen. Also der ist ja jetzt auch nicht so alltäglich. Das ist ja schon in so einem abgeschnittenen Bildformat. Es wird ja auch ganz häufig irgendwie alte Fernsehaufnahmen werden auch imitiert, auch schon irgendwie einen Auftritt von Trump. Ich glaube, der ist ja irgendwie so Mitte 30, wo es dann eigentlich nur so als Scherz von einer Interviewerin in den Raum geworfen wird. Ja, er könnte ja auch mal zum Präsidenten kandidieren und so weiter. Oh ja, und das ist ja eben dieses sehr Unheimliche, dass alles dort, was in der Zukunft noch passieren wird, schon in kleinen Szenen oft angedeutet. wird oder man sieht bestimmte Muster, etwa zum Beispiel wie Trump seine Frauen auswählt, nämlich oft Frauen, die sehr repräsentativ sind, sowohl äußerlich als auch in ihrem gesellschaftlichen Status, in ihrer Biografie, ihrem Auftreten, aber auch, aber gerade am Anfang eben auch Frauen, von denen er profitieren kann, insofern zum Beispiel, dass sie ihm helfen, sein Image zu pflegen, dass sie ihm helfen, stilvoll aufzutreten oder auch wie zum Beispiel Ivana, die ja einige seiner Gebäude tatsächlich mit entworfen hat. Also, dass er da ganz konkret sich auf vieler Leute Schultern stützt, die dann an seiner Seite aber immer nur wie ein Anhängsel wirken. Ja, wie ein Accessoire eigentlich so ein bisschen. Da war ja auch, passend dazu gab es da, glaube ich, eine Szene, wo er irgendwie Ivana ja den Hof machen will und ihr irgendwie, glaube ich, so eine ganze Wagenladung Rosen schickt, aber dann darauf besteht, dass das Preisschild noch dran sein muss und sowas. Also, alles sehr auf Äußerlichkeiten oder da gab es auch eine Szene, wo man merkt, dass die sich schon irgendwie, ja, doch jetzt auseinandergelebt haben ab einem bestimmten Punkt beziehungsweise, dass er eigentlich ihrer überdrüssig ist so ein bisschen und da merkt man auch, dass, ja, die so ihre Beziehung eigentlich nur noch wie so einen Werbespot nach außen tragen. Das fand ich auch richtig gut. Der Film hat natürlich dahingehend auch eine durchaus, ja, ich würde jetzt nicht sagen kontroverse Szene, aber die hat mich schon ein bisschen, also wo wirklich gezeigt wird, wie Trump seine erste Ehefrau vergewaltigt haben soll, sage ich jetzt mal, weil sie hat es ja später, glaube ich, aufgeweicht vor Gericht, soweit ich weiß, aber vorher hat sie diesen schweren Vorwurf erhoben. Ich weiß nicht, wie hat die Szene auf dich gewirkt, Schlogger? Hast du die kommen sehen? Nee, habe ich nicht. Ich hatte mich ja parallel so ein bisschen reingelesen und habe nur gesehen, dass wie sie gestorben ist und das eben auch nicht ganz klar ist, ob die, also sie wurde anscheinend mit irgendeinem, irgendwas auf dem Hinterkopf, also das, und da habe ich schon gleich in meinem Gehirn angefangen zu spinnen und dann kam die Szene quasi, kam mir wie ein gefundenes Fressen dann, aber was mir bei der Szene aufgefallen ist, ist die Inszenierung, die du schon angesprochen hattest, es wirkte wie so ein, nicht Mockumentary, sondern wie so eine MTV-Show damals, weil die Kamera war so, so ein bisschen wie so eine, eine Videokamera, die jemand in der Hand hat und dadurch fühlte ich mich ganz beängstigt dem nahe, so als hätte ich die ganze Zeit gesehen hier so willkommen bei den Kardashians und plötzlich passiert jetzt so eine Szene, das hat mich, von der Inszenierung her, hat mich das ziemlich überrascht dann. Ja, generell viel Handkamera tatsächlich, aber die ist mir auch nicht irgendwie negativ aufgefallen. Es hat mich auch ein bisschen an, ja, an The Big Short durchaus erinnert, der ja so ähnlich gemacht ist, aber die Szene an sich fand ich schon auch gut inszeniert und auch wirklich unangenehm. Also die ist jetzt nicht, man weiß wie lang, das wird nicht in aller epischer Breite präsentiert, aber war schon unangenehm tatsächlich. Ich fand das auch sehr effektiv, denn es gibt ja oft genug Vergewaltigungsszenen, die dann mehr sexualisierend wirken und dass diese Szene eben wirklich, wie du sagst, unangenehm war und so auch wirken sollte, also keinen gegenteiligen Effekt hat oder dann nur voyeuristisch wirkt. Und ich denke auch, dass diese Aussage von Ivana Trump, also durchaus, dass man das durchaus glauben kann, nicht einfach, weil ich jetzt pauschal sage, man soll immer den Opfern glauben, obwohl das, ja, glaubt Opfern, glaubt Frauen und so weiter, also dass dieser prozentuale Anteil an Leuten die falsche Vergewaltigungsanschuldigung erheben, ist verschwindend gering, eher wird man vom Blitz getroffen, als dass man fehlerhaft der Vergewaltigung angeklagt werden würde. Aber dass sie da vor Gericht Angst hatte und ich denke, es war wirklich Angst oder da nicht nochmal durchgehen wollte, das muss überhaupt nicht heißen, dass es nicht wahr war. Viele Opfer trauen sich nicht, wollen das nicht nochmal durchleben, können das einfach nicht nochmal, zumal bei so einer mächtigen Figur wie Trump, das akkumuliert sich ja alles, dieser ganze Druck und sie selber stand ja auch in der Öffentlichkeit und dass man dann irgendwann einfach selbst als betroffener Mensch sagt, ich will, dass es einfach nur vorbei ist und daran nicht mehr denken und dass es abgeschlossen ist, dass das ist absolut nachvollziehbar. Und er, Trump hat ja auch eine Geschichte von, also er hat ja eine ganze History von Belästigungsvorwürfen, sexuellen Übergriffen und so weiter. Es ist ja nicht so, dass das hier irgendwie dieser eine Fall war, der irgendwie aus dem Nichts kommt. Nein, grab him by the pussy. Ja. Genau, ne? Also er ist ja eindeutig jemand, der das mehrfach gemacht hat und noch unterstützt hat, wirklich mit seinen Aussagen und oft noch im Privaten in vielen Fällen zugegeben. Also da halte ich das für mehr als glaubwürdig. Ja. Und wie immer auch dieses alles abstreiten. Wie kann ich denn irgendwas, was jemand, das von dem eine Grundregel ist, wie kann ich dem denn irgendwas glauben, auch an Wahlversprechen? Das ist für mich so krass. So krass. Wie kann man denn so einem Menschen, das ist so, wenn eh alles eine Lüge ist und alle Wahrheit verdreht wird. Also da komme ich gar nicht drauf klar. Ja, er schafft seine eigene Wahrheit. Ich meine, er hat ja mittlerweile ein eigenes soziales Netzwerk aus dem Boden gestampft, wo alles auch rigoros gelöscht wird, wenn es mal irgendwelche kontroversen Themen um ihn herum gibt. Also er schafft seine eigene Wahrheit und hat die Deutungshoheit darüber und auch die Deutungsgewalt sozusagen. Nee, aber also auch im Hinblick auf Gerichtsprozesse. Ich meine, er hat ja jetzt auch, weiß gar nicht, er stand doch jetzt auch, glaube ich, vor Gericht wegen der, also hier wegen Schweigegeldzahlung an diesen ehemaligen Erotikstar, glaube ich. Den Namen habe ich jetzt leider nicht parat. Aber wenn man hier allein mal in der Wikipedia durchscrollt, also da gibt es eine eigene Sektion für Klagen wegen sexueller Übergriffe. Sagen wir es mal so. Habt ihr noch Punkte, die ihr am Film ansprechen möchtet? Ich glaube nicht. Nein, ich denke jetzt auch nicht, dass ich irgendwas Spezifisches hätte, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass dieser Film wirklich einen sehr guten 80er-Jahres-Style hat, sowohl was die Kamera angeht, als auch die Kostüme. Man fühlt sich also wirklich in diese Ära der späten 70er und frühen bis späten 80er hineinversetzt, auch durch die Optik und die ganze Stilistik. Und was dieser Film wirklich schafft und was auch für mich einer der beeindruckenden Aspekte ist, ist, dass man wirklich sieht, dass Donald Trump eine Figur ist, in der sich der Geist einer Ära akkumuliert. Dieser Materialismus, dieser Körperkult, diese Mie-Gesellschaft, all das, was in den 80ern, dieses Greed is good, ja, also diese Mentalität, dieser ganze Geist der Ära, Trump ist sowohl dessen Symptom, als auch dessen Produkt, als auch dessen Förderer. Er ist alles auf einmal und bis heute. Also nicht, ich glaube, es gibt weniger Menschen, die so gut 80er Jahre sind, wie Trump. Auch heute noch, meinst du? Ja. Definitiv. Genau, die so gleichzeitig super reich über allem stehen, vermeintlich, und ich bin wie ihr und folgt mir und ihr könnt auch alles schaffen. Da hast du recht, Lieder, der zieht sein Ding durch, aber hat es geschafft, dass das heute auch noch ganz viele Fans hat, obwohl es so eigentlich keinen Sinn ergibt, wenn man es durchdenkt. Aber ich verstehe total, ich verstehe so, wie man ihn, ich kann total nachvollziehen, warum man ihn wählt, aber gleichzeitig finde ich es so krass, dass man ihn wählt. Also es ist beides auf einmal und selbst wenn ich das sage, was heißt selbst wenn ich das sage, aber ich finde diese Person einfach unheimlich faszinierend. Im Verlauf des Films ist mir das einfach auch bewusst geworden, weil ich mir dachte so, ja müssen wir jetzt auch wirklich einen Film über Donald Trump haben, weil zwischendurch habe ich mir sogar gedacht, wäre es vielleicht auch interessant gewesen, das Ganze aus der Sicht von Roy Cohn zu erzählen, aber wenn man dann mal so den Film Revue passieren lässt, also jetzt, klar, wie man auch immer zu Donald Trump stehen mag, eins muss man sagen, vieles in diesem Film hat einen wahnsinnigen Unterhaltungswert und einiges davon wiederum, was der Film ja auch transparent macht, von wegen, dass er das Hollywood dramatisiert hat, vieles davon hat durchaus auch einen wahren Kern und manche Sachen fand ich wirklich unheimlich amüsant, allein wie er wirklich buchstäblich am Pinkelbecken Roy Cohn für sich als Anwalt gewinnen will und solche Geschichten. Ist jetzt vielleicht eine Phrase, aber ich fand den Film, ich fand den wirklich wahnsinnig unterhaltsam, von der Inszenierung her, vom Schauspiel und trotzdem ist es nicht einfach nur so ein seichtes Filmchen, was sich wegguckt, sondern wo man ja auch irgendwie immer so ein Kloß im Hals hat beim Lachen, sage ich mal. Wie fandst du ihn denn, Lida? Ich fand ihn ausgezeichnet, kein Meisterwerk, aber sehr überzeugend, sehr intelligent, ich denke vielleicht sogar ein Paradebeispiel für intelligente Unterhaltung, die gleichzeitig es schafft, ein breites Publikum anzusprechen und eben wichtige politische, soziale und zeitaktuelle Themen hervorragend gespielt, auch in den Nebenrollen sehr gut besetzt, exzellente Kamera, exzellentes Setdesign und Kostüme, also ein wirklich sehr überzeugender Film. Dessen Schwäche ist vielleicht am ehesten, dass er dann bisweilen zu weit an der Oberfläche bleibt und in einigen Punkten zu, ja, zu gefällig wird. Also, dass er zu sehr Publikumsfilm sein will und da noch mehr hätte in politischere Dinge reingehen können, aber der Film ist, es muss auch nicht jeder Film perfekt sein und so, was da erreicht wurde durch den Regisseur und seine Darstellenden und das ganze Team ist schon bemerkenswert. Hm, super. Ja, dann hänge ich mein Fazit auch noch kurz hinten dran. Also, ich finde solche Filme einfach wichtig, weil allein an den Inhalten, die sie vermitteln und dass die eben in einem Paket kommen, das schmackhaft sein muss, das verstehe ich schon auch. Also, nicht, dass man hier irgendwie Propaganda hat. Sorry, ich mache hier Fässer auf. Wir sind nicht in Nordkorea. Dass diese Geschichte hier erzählt wurde, fand ich total faszinierend. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Trump am Anfang so vielleicht nicht stark war, wie man es vielleicht hier denken könnte. Er sagt ja selbst auch von Anfang an, es gibt nur Winner beziehungsweise Killer und Loser und das Mindset hat er ja von Anfang an und von daher fand ich es wahnsinnig spannend zu sehen, wie er dann dahin gekommen ist, wo er dann damals Anfang der 80er war, wie das mit Roy Cohn zu tun hat und auch, wie ihr ja auch beide schon gesagt habt, die Inszenierung ist auch großartig. Also, diese Videocamera-Style und auch das Körnige, das ist außer wie in den 80ern, fand ich alles ziemlich gut. Auch, was ich am Anfang meinte, ich hatte ja irgendwie erwartet, dass es weiter in die Zukunft oder auch in die Jetzt-Zeit geht, aber als der Film dann zu Ende war, habe ich das auch mit einem sehr interessanten, schönen, gar nicht falsch zu verstehen Schlussbild, war ich dann auch zufrieden, weil das hat der Film halt so entschieden und das kann man ihm nicht vorwerfen entgegen mancher Kritiker, finde ich dann. Das ist halt, der Film deckt halt den Zeitraum ab und fand ich sehr spannend, super, dass es den Film gibt, weil er mir Informationen gegeben hat, die ich ziemlich spannend finde, wie eben Weltgeschehen sich so entwickelt und von daher inhaltlich und auch vom Aussehen her fand ich den Film auch gut. Ja, kann ich im Prinzip gar nicht mehr so viel zu sagen, auf jeden Fall sehenswert und tatsächlich ein bisschen anders, als ich ihn erwartet habe, was mir nur so ein bisschen durch den Kopf ging. was ist eigentlich, wenn Trump sich diesen Film ansieht, würde er ihn unterhaltsam finden? Nein! Auch wenn er zeitweise als totales Arschloch, also ich glaube, er würde die erste Hälfte mehr, deutlich mehr mögen als die zweite, sagen wir es mal so, aber ich mochte beide wirklich sehr gerne, ist natürlich kein Meisterwerk, man hätte, wie gesagt, man hätte durch eine Perspektivenverschiebung vielleicht sogar noch mehr rausholen können, oder dass man die eine Hälfte des Films aus der einen Sicht erzählt und die andere aus der anderen. Es kann sein, dass der ziemlich schnell im Stream landen könnte, weil ich glaube nicht, dass der jetzt hier in deutschen Kinos so viel reißen wird und ich bin auch gespannt, in wie vielen der überhaupt gezeigt werden wird. Allerdings, ja, der US-Präsidentschaftswahlkampf geht ja jetzt so in die heiße Phase und vielleicht werden dann Leute möglichst in den USA in diesen Film gelockt. Ja, kann man insgesamt auf jeden Fall empfehlen. Lida, Schlogger, vielen lieben Dank, war ein tolles Gespräch. Ihr dürft uns natürlich da draußen auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, The Apprentice, The Trump Story, wie er hier in Deutschland heißt, zu sehen oder aber auch nicht. Je nachdem, lasst uns das gerne wissen, ob nun beim YouTube-Upload auf tele-stammtisch.de oder aber auch auf unserem Discord-Server. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, uns direktes Feedback geben, mit uns quatschen, da ist immer irgendwas los. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, Ladies first, wortwörtlich, welche von euch will zuerst, kloppt euch drum. Ich sage schon mal Tschüss. Ich sage einfach auch Tschüss. Dankeschön, bis zur nächsten Besprechung. Auch ich verabschiede mich hier. Kurz und schmucklos. Macht's gut, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.